Faszination beim Basketballspielen ist, dass es unglaublich schnelles Spiel ist und dass ich auch schnell drehen kann. Es ist immer auf der Kippe. Es kann sich immer viel verändern und es ist nie etwas entschieden. Es lohnt sich immer zu kämpfen. Es ist ein sehr schneller Sport, der vielseitig ist. Es gibt verschiedene Bewegungsabläufe, es gibt verschiedene Regeln, aber es hat immer was Neues, immer was Aufregendes und selbst 0,8 Sekunden können ganze Spiele entscheiden und das macht den besonderen Reiz aus. Die Jungs und die Mädels sind hochmotiviert. Wir haben in der Jugend um 16 zum Beispiel bei den Mädels Bayernliga und hier haben wir Nationalspielerinnen dabei, Bayern-Ausbauspielerinnen, bei den Jungs haben wir Top-Leute und die sind heiß auf Basketball. Die wollen spielen, die wollen trainieren und da kann kommen was will. Du musst schon nach Hause schicken fast, wenn sie krank sind und sagen, das geht heute nicht. Die Offense für Defense, drei neue Leute in die Offense. Easy bringt den Ball und auf geht's. Absinken gut, aber jetzt schauen, ob da jemand ist. Erster Schritt ist schon getan, die kriegt da keinen Ball. Weil du sagst, okay, ich war doch da, aber sie kriegt trotzdem den Ball und das willst du ja verlieren. Also schau, die Positionen absinken, aber dann entsprechend... Ja, also sie will einfach das Beste aus jedem rausholen und das schätzt man natürlich auch an ihr. Es ist manchmal hart, aber sie ist eine tolle Trainerin. Hallo! Amanda hat sich wunderbar aus dem Mund genommen, wenn der Ball da oben ist, sind wir noch viel zu sehr auf die Nein. Ihr müsst hier dicht machen, ja? Und dann schau ich, wenn der Pass kommt... Hey! Dass ich dann entsprechend hier dann am Ball bin, aber nicht vorher das Loch zu groß werden. Da ist schon mal ein riesen Loch. Er schickt uns ganz ehrlich durch die Halle, aber das ist gut so. Ist auch ein kleiner Ansporn. So, die Mittelleute! Okay. Stopp. Gut so! Alle zusammen, alle helfen aufräumen. Zusammen mit einem one team! Ich spiele sehr gerne Basketball, versuche so viel wie möglich zu spielen und ich habe kein anderes Leben außer Basketball.